Oh Leute, was da wohl drin ist, das wollt ihr doch gerne wissen, oder? Schauen wir mal da rein. Moin moin Leute, was geht? Ja, herzlich willkommen zu einer, ja keine Figuren Review, aber halt eine Sache. Was ist da wohl drin? Ich kann nur eins sagen, es ist keine Figur, es ist halt ein Marvel Karton, wie man hier sehen kann. Und ich hab gedacht, ich sag euch nicht, was da drin ist, das werdet ihr jetzt erfahren. Und auf jeden Fall werdet ihr jetzt zum ersten Mal, bevor ich das auch geöffnet habe, in diesen Genuss kommen, dieser Box. Und dann würde ich sagen, wir holen die jetzt erstmal raus und dann sag ich mal ganz kurz, was da überhaupt drin ist. Ja, und da haben wir das gute Stück gerade aus dem Styropor geholt. Das ist halt einfach eine detailgetreue Comic Artwork Figur als Statue von Captain America. Sie wurde halt hergestellt von Enesco. Enesco ist halt so gesehen, ja, nicht so bekannt wie andere, wie Marvel Legends Select, weil sie machen ja auch keine Actionfiguren. Sie machen halt diese Statuen, ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut. Ich hab jetzt für diese 47 Euro bezahlt, sollte eigentlich vorher 94 kosten, was ich eigentlich zu viel finde. Wenn ihr mal nach Amazon geht, ich hab mal den Link hier reingepackt, da kostet die nämlich 33 Euro. Da gibt's natürlich auch andere Figuren. Ich werde wahrscheinlich mir noch ein paar andere kaufen, weil ich bin echt von diesen Figuren begeistert. Ich hab sie mir jetzt zum ersten Mal rausgeholt und ich bin, ja, das heißt, ich hab mir die ja schon in meinem Laden angeguckt. Und ich muss sagen, sie gefällt mir einfach sehr gut. Und ich bin begeistert. Ich freu mich auf jeden Fall, dass ich mir sowas mal gegönnt habe, weil sowas ist natürlich, wenn man nicht mal in so einen spontanen Kauf. Ich finde 47 Euro ist eine Stange Geld und dann muss sich die Qualität auch lohnen. Die Figur ist von 2015 von Enesco und ich hoffe mal, es hat euch so gefallen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare setzen, ob sich jetzt das Geld rentiert hat oder nicht. Wie gesagt, ich bin happy. Ich werd sie mir jetzt hier gleich hier reinstellen und werde sie dann begutachten nochmal. Und ich finde auch, da sind keine Fehler dabei. Also da achte ich ja immer schon drauf, da bin ich ganz penibel, weil bei Funko Pop ist das Ding gerade so, dass mir die Bemalung bei dieser ganzen Massenproduktion nicht so gefällt. Und da bin ich gerade so ein bisschen von Funko Pop weg. Es wird trotzdem nochmal ein Video geben für mal eine ganze Funko Pop Sammlung. Aber ich muss sagen, ich möchte lieber sowas erstmal weiter sammeln oder halt Marvel Select. Es wird auch mit dem Nächst wieder Actionfiguren Reviews geben, da hab ich schon welche in Planung. Und wie gesagt, egal, ich will nicht so viel schnacken. Und ab in die Kommentare, ob euch die Figur gefällt, ob ihr euch auch sowas kaufen würdet. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung drin. Und natürlich nicht vergessen, ihr müsst den Nerd abonnieren. Los, los! Ja, habt ihr den gehört? Abonnieren nicht vergessen. Und vergesst nicht auf den Phantomas zu gehen. Der macht auch coole Sachen. Der ist in der Endcard hier und in der Videobeschreibung drin. Leute, dann würde ich sagen, bis denn und Show und Ketten sagt BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ�